Ah! 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 Ok, 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 ok. Was geht da ab? Peter, was ist denn? Was ist los? Klingelt's bei dir? Klingelt dein Spinnensinn? Klingelt dein Spinnklingeling? Seht ihr das auch? Ja. Osborn? Nein, der war grün. Der Typ ist blau. Ist es möglich, dass sie aus einem anderen Universum kommen? Was macht er da? Weiß nicht. Sieht aus, als lädt er sich auf. Das ist gar nicht gut. Fang ihn ein! Oh nein, nein, links! Links, Alter! Links, links, nach links! Ja! Was redest du denn da? Links, links, links! Alter, Alter! Alter, Alter, Alter! Alter, Alter, Alter! Leute! Das ist nicht hilfreich! Ah! Oh nein, 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 nein! Was ist passiert? Peter! 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 Ich bin's! Du bist Marco! Erinnerst du dich? Äh, ich bin Peter, aber nicht ihr Peter! Was soll das heißen, du bist nicht mein Peter? Was zum Teufel geht hier vor? Ich erklär ihnen ja alles, aber würden sie mir erst helfen, den Typen zu stoppen? Alles klar! Sie lenken ihn ab und ich zieh den Stecker! Los geht's! Ich kann! Die nicht mehr lange halten! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Ja! 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 Anderer Peter. Seltsam. Danke. Entschuldigung. Mach dir keinen Kopf.